Wussten Sie, dass über 95% der Katzeneltern unwissentlich mindestens einen Fehler im Umgang mit ihren Katzen machen? Deshalb haben wir uns heute die 10 häufigsten, aber leicht zu behebenden Fehler, die Katzeneltern machen, um sicherzustellen, dass ihr vierbeiniger Gefährte glücklich und gesund ist und nie in Gefahr gerät. Nummer 1 Fehler beim Lesen der Etiketten des Katzenfutters Viele Katzeneltern versäumen es, die Etiketten des Katzenfutters zu lesen, ohne sich darüber im Klaren zu sein, dass wir unseren Katzenfreunden möglicherweise etwas servieren, das nicht ideal ist. Das Wichtigste zuerst, Katzen sind obligate Fleischfresser. Das bedeutet, dass sie Fleisch brauchen, um gesund zu leben. Wenn das erste, was sie sehen, Mais oder Weizen ist, sollten sie die Tüte lieber weglegen. Je einfacher, desto besser. Nummer 2 Schnurrhaare und Napfmaterial Die empfindlichen Schnurrhaare von Katzen sollten nicht gegen die Seiten eines tiefen Napfes bürsten, was Stress verursachen kann. Verwenden Sie flache Schüsseln aus keramischen oder Edelstahlmaterialien, um Unbehagen zu vermeiden und Gerüche fernzuhalten. Nummer 3 Platzierung des Wassernapfes Stellen Sie den Wassernapf der Katze an einen anderen Ort als das Futter, um ihre natürlichen Instinkte zu respektieren und die Wasseraufnahme zu erhöhen. Katzen neigen dazu, Wasser von ihrer Beute fernzuhalten, um Verunreinigungen zu vermeiden. Ein separater Ort für den Wassernapf kann dazu beitragen, dass ihre Katze mehr trinkt und dadurch besser hydriert bleibt. Nummer 4 Anpassung an alternde Katzen Schaffen Sie eine seniorenfreundliche Umgebung, indem Sie Zugangswege erleichtern und wichtige Bereiche zugänglich machen. Ältere Katzen können an Arthritis leiden oder ihre Beweglichkeit einbüßen, was das Erreichen von erhöhten Lieblingsplätzen erschwert. Durch das Hinzufügen von Rampen oder Stufen zu diesen Bereichen können Sie Ihrer Katze helfen, ihre Unabhängigkeit zu bewahren und gleichzeitig ihre Lebensqualität zu verbessern. 5. Giftige Zimmerpflanzen Entscheiden Sie sich für katzenfreundliche Pflanzen wie Spinnenpflanzen und Katzengras, um Vergiftungen zu vermeiden. Viele Zimmerpflanzen sind giftig für Katzen und können ernsthafte gesundheitliche Probleme verursachen. Indem Sie sicherstellen, dass Ihre Pflanzen ungiftig sind, schützen Sie Ihre Katze vor potenziellen Gefahren. Nummer 6 Ernährung und Feuchtigkeit Ergänzen Sie Trockenfutter mit Nassfutter, um die Feuchtigkeitsaufnahme zu erhöhen und Dehydrierung zu verhindern. Katzen sind von Natur aus keine guten Trinker und neigen dazu, nicht genug Wasser zu konsumieren. Nassfutter ist eine ausgezeichnete Möglichkeit, um sicherzustellen, dass Ihre Katze ausreichend hydriert bleibt und gleichzeitig eine ausgewogene Ernährung erhält. Nummer 7 Milch und Krallenpflege Vermeiden Sie Milch, da Katzen oft Laktoseintoleranz entwickeln. Helfen Sie bei der Krallenpflege, um Schmerzen und Infektionen zu vermeiden. Krallen, die zu lang werden, können in die Pfotenpolster einwachsen und Schmerzen verursachen. Regelmäßiges Trimmen der Krallen Ihrer Katze kann dazu beitragen, diese Probleme zu vermeiden und ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden zu verbessern. Nummer 8 Respektieren der Privatsphäre Achten Sie auf die Signale Ihrer Katze und respektieren Sie Ihren persönlichen Raum, um Stress und Ängste zu vermeiden. Katzen sind von Natur aus unabhängige Tiere und benötigen Zeit und Raum, um sich wohl zu fühlen. Durch das Respektieren Ihrer Grenzen können Sie das Vertrauen Ihrer Katze stärken und eine harmonische Beziehung aufbauen. Nummer 9 Vertikaler Raum und Spielmöglichkeiten Bieten Sie genügend vertikalen Raum mit Katzenbäumen und Regalen, um Langeweile zu vermeiden und die körperliche Aktivität zu fördern. Katzen lieben es, hohe Orte zu erkunden und zu klettern. Durch das Bereitstellen von vertikalen Strukturen können Sie Ihrer Katze eine sichere Umgebung bieten, in der sie ihre natürlichen Instinkte ausleben kann. Und zehntens Baden und das Verstehen der Natur der Katze. Vermeiden Sie übermäßiges Baden, da Katzenexperten in der Selbstpflege sind. Verstehen Sie Ihre natürlichen Verhaltensweisen und lenken Sie sie in positive Bahnen. Katzen sind von Natur aus saubere Tiere und verbringen einen Großteil Ihres Tages mit der Pflege Ihres Fells. Durch das Vermeiden übermäßigen Badens können Sie das natürliche Gleichgewicht der Haut und des Fells Ihrer Katze erhalten und Ihre Gesundheit unterstützen. Respektieren Sie die Natur Ihrer Katze und finden Sie Wege, Ihre Bedürfnisse zu erfüllen, um eine glückliche und gesunde Beziehung aufzubauen. Indem Sie auf die Signale Ihrer Katze achten und Ihre Bedürfnisse ernst nehmen, können Sie das Vertrauen Ihrer Katze stärken und eine harmonische Bindung aufbauen, die ein Leben lang hält. Vielen Dank, dass ihr euch das Video angesehen habt. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über ein Like freuen. Vergesst auch nicht, den Kanal zu abonnieren, um keine zukünftigen Videos zu verpassen. Eure Unterstützung bedeutet mir sehr viel. Bis zum nächsten Mal. Schau dir unbedingt diese unglaublichen Videos an, sie werden dich faszinieren.